Diablo 4 steckt seinen Handy-Vorgänger Immortal finanziell in die Tasche, ein Pixel-Battlefield überrennt grad die Steam-Topseller-Liste und Xbox will von VR nichts mehr wissen. Moin zusammen, Lenny hier, wir schreiben den 20.06., im Büro laufen die Ventilatoren auf Hochtouren und das hier sind die News. Die heutige Ausgabe wird euch präsentiert vom offiziell für PS5 lizenzierten GXT498 Forta. Das Gaming-Headset aus 85% recyceltem Kunststoff liefert euch 3D-Sound mit dem 50mm-Driver. Danke für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News. Es sieht grad sehr danach aus, als ob Diablo 4 in gerade mal fünf Tagen mehr Geld für Blizzard eingenommen hat, als das von Mikrotransaktionen finanzierte Diablo Immortal in einem Jahr. Das berichtet PC Games N mit einem Blick auf Data AI. Diablo 4 hat laut Blizzard in den ersten fünf Tagen nach Veröffentlichung über 666 Millionen Dollar eingenommen. Während deren erster Linie auf Smartphones fokussierte Ableger Diablo Immortal Data AI zufolge in einem Jahr nur 525 Millionen Dollar einnehmen konnte. Damit ist es aber immer noch auf Platz 24 der größten Mobile-Spiele weltweit. Hierbei handelt es sich allerdings ausschließlich um die Handy-Version von Diablo Immortal. Die PC-Fassung ist bei den 525 Millionen noch nicht mal mit eingerechnet. Genauso wenig wie Third-Party Android Launcher, was gerade auf dem chinesischen Markt wichtig ist, denn da ist der Play Store nicht so verbreitet. Aus diesen Gründen hinkt der Vergleich natürlich etwas. Auch Diablo 4 enthält natürlich Mikrotransaktionen, Immortals Monetarisierung ist aber nochmal auf einem ganz anderen Level an Aggressivität. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut euch doch gerne Maurice' Video zu Immortal an. Das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und noch eine Diablo 4 News. Denn gerade hilft in Sanctuario ein High-Level-Spieler Opas und verheirateten Paaren durch die Endgame-Dungeons, um ihnen den Frust zu ersparen, den er erleben musste. Diablo 4 ist ein schönes Spiel geworden und ein echter Erfolg für Blizzard. Eine Sache lässt das Schnetzel-RPG aber schmerzlich vermissen. Grundlegende Gruppen-Features. Klar, solange ihr die Kampagne noch nicht durch habt, könnt ihr Diablo 4 wunderbar alleine spielen. Im Endgame werden Mitspiele aber essentiell. Gerade die Final-Dungeons, die ihr absolvieren müsst, um die höheren Weltstufen freizuschalten, sind darauf ausgelegt, mit anderen gespielt zu werden. Es gibt jedoch aktuell noch kein System, um im Spiel Mitstreiter zu finden und so seid ihr entweder auf eine volle Freundesliste angewiesen oder müsst so lange am Dungeon-Eingang stehen, bis jemand vorbeikommt. Dass das ganz schön frustig ist, dachte sich auch Reddit-User AwesomePrawn. Deswegen machte er es sich mit seinem Level 73 Rogue zur Aufgabe, anderen Spielern dieses Schicksal zu ersparen. Auf Xbox Live scrollte er durch die Gruppenanfragen und beschloss, so viele Diablo-Fans zu helfen, wie nur irgend möglich. Andere verlangen für diesen Dienst bis zu 2 Millionen Ingame-Gold, aber AwesomePrawn will einfach nur helfen. Sein Post zeigt dabei, wie divers die Diablo-Community wirklich ist. Von heirateten Paaren, die sich scherzhaft Schimpfnahmen an den Kopf werfen, bis zum 10-Jährigen, der AwesomePrawn die ganze Zeit über Sir nennt, ist alles dabei. Sein persönlicher Liebling ist aber Bad Juju. Bad Juju war dieser 70-jährige Opa, der schon Diablo gespielt hat, als die aktuellen Spieler noch im Mutterleib waren. Ein süßer älterer Herr, der mich mit seiner Liebe für das Spiel angesteckt hat. Außerdem war er der fähigste von allen, die ich durchgeführt habe. Laut AwesomePrawn war diese Nacht für ihn das beste Erlebnis seiner bisherigen Playthrough-Erfahrung. Diablo 4 bringt Menschen zusammen aus allen Lebensbereichen, sagt er. Ob man nun Asma und Gold sei, der bei 18 Stunden am Tag spielt oder der Opa, der mit seinen Enkeln bondet. Ein Pixel-Spiel macht gerade Starfield-Konkurrenz. Battlebit Remastered, ein blockiger Shooter, der nur von einer Handvoll Leuten entwickelt wurde, landet aktuell auf Platz 2 auf Steams Top-Sellerliste und überflügelt damit sogar die Vorbestellerquoten von Starfield. Höher steht nur das kostenlose Counter- Global Offensive. Battlebit könnte ich als eine Art Battlefield im Klotz-Look vorstellen, inklusive seit dem 254 Spielenden gleichzeitig auf dem Server. Begeistert sind die Fans vor allem vom komplett zerstörbaren Umgebungs-Design dieses Low-Poly-Shooters, der aktuell sogar noch im Early Access ist. Aktuell steht das Spiel bei mehr als 11.000 Bewertungen auf sehr positiv bei Steam. Ein User schreibt, die besten 15 Euro, die ich jemals hätte ausgeben können. Die Schlachten sind chaotisch und hektisch, die Häuser komplett zerstörbar und die Community liebt es. Kauft es euch und werdet glücklich mit Battlebit Remastered. Das war, was Battlefield schon immer sein wollte. Ein originales Battlebit gibt's übrigens gar nicht. Die Remastered-Endung hat das Spiel, weil es 2016 in Entwicklung ging und in der Zeit dreimal umgeschrieben wurde, wie die Entwickler sagen. Deshalb fanden sie die Remastered-Endung passender. Xbox ist das Publikum für Virtual Reality offenbar nicht groß genug. Das impliziert Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios, in einem aktuellen Interview mit dem Hollywood Reporter. Als er danach gefragt wird, warum Xbox nicht denselben Enthusiasmus für VR und AR aufbringt wie andere Firmen, antwortet er, ich denke, für uns heißt es einfach nur noch etwas warten, bis es da ein Publikum gibt. Aktuell hätten die Xbox Studios zehn Spiele im Portfolio, die jeweils über zehn Millionen Spiele erreicht hätten. Unter diesen Zahlen macht es Xbox offensichtlich nicht. Zehn Millionen sei der Bereich, den man sehen müsse, damit ein Spiel erfolgreich sei. Und das sei bei AR und VR einfach noch nicht gegeben. Mit HoloLens hatte Xbox dabei in der Vergangenheit zumindest in Augmented Reality investiert. Diese Brille erschien erstmals 2016 und projizierte 3D-Grafiken in die reale Umgebung des Trägers oder der Trägerin. Weshalb Microsoft auch von Mixed Reality spricht. 2015 hatte Microsoft sie auf der E3 mit einer Minecraft-Demo vorgestellt, bei der ein Spieler seine Blockwelt auf einen Tisch projizierte. Seit 2019 gibt es einen Nachfolger mit größerem Sichtfeld, der weiterhin unterschützt wird. Die Belegschaft der Mixed Reality Capture Studios, die Inhalte für AR produzierten, wurden aber Anfang des Jahres von Microsoft entlassen und auch die Arbeit an einem kontroversen Projekt zur Nutzung der HoloLens durch die US Army wurde zurückgefahren. Einer der HoloLens-Entwickler Alex Kipman verließ Microsoft 2020. In einem Entwicklertagebuch hat das Team hinter Cities Skylines 2 jetzt die neuen Straßentools des Spiels vorgestellt. Die machen das Wegeziehen nun flexibler und kreativer. Mit dem neuen Grid-Mode zieht ihr nun ohne Probleme sofort ganze Stadtblöcke und Kreuzungen in euren Stadtplan. Der Parallel-Mode lässt euch zwei Straßen parallel ziehen und endlich könnt ihr auch neue Straßen über bereits bestehende drüber bauen, um einfach Kreuzungen zu schaffen oder eine Unterführung. Das Elevation-Tool legt dabei die Höhe der Straße fest. Es gibt außerdem eine große Auswahl an vordesignten Kreuzungen und Kreisverkehre. Neu ist auch, dass ihr jetzt auf- und abfahrten mit Beschneudigungsstreifen für eure Autobahnen bauen könnt. Außerdem könnt ihr Buslinien oder Tramschienen hinzufügen. Ausgewählte Straßen können dabei auch ausschließlich für Bus- und Tramverkehr zugewiesen werden. Ähnlich verhält es sich mit Fußgängerüberwegen und Fußgängerstraßen. Hier dürfen dann zum Beispiel nur noch Dienst- und Lieferverkehr verkehren. Für die und alle anderen Autos gibt es jetzt außerdem Parkplätze. Die Straßen haben zudem eine Abnutzungsanzeige und es gibt Reparaturfahrzeuge, die sie in Schuss halten. Ampeln, Zebrastreifen und Stoppschilder verfeinern die Verkehrskontrolle weiter. Cities Skylines 2 erscheint am 24. Oktober für PC, Xbox Series und PS5. Und das waren die News für heute. Wollt ihr jetzt noch weiter schauen, dann schaut euch doch vielleicht Michis Video an, der schwört nämlich, dass das neue Star Wars Outlaws eigentlich seine Idee war. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Euch noch einen schönen Dienstag, Liebe geht raus!